Hihihi, ich bin's mal wieder. Wer ist uns, ne? Der alte Nerve, segende Rostimann. Ich sitz gerade hier vor unserer Stadtbibliothek oder Biblerei, wie hat man es früher genannt. Und ja, bin jetzt auf meiner allnächtlichen Tour und ich höre Geräusche. Hilfe! Und bin jetzt auf der Suche nach Dosenpfand, Flaschenpfand, was man halt so gebrauchen kann zum Überleben, ne? Der Flaschesammler halt, ne? Ich hoffe, ihr habt ein bisschen Glück und findet das eine oder andere. Ansonsten wünsche ich euch einen schönen Dienstag. Macht's gut, bleibt's brav. Und nicht vergessen, ich freue mich über jeden Besuch in meinem Livestream. Hä? Wäre doch mal eine feine Sache. Ja, bis dann. Gabt euch wohl eure Nervensäge, so heißt's. Ciao, Grüße an Anja. Ciao.